Ich würde dort gerne helfen. Ob ich Harry anrufe? Er könnte mit seinem Dad reden. Nein, Norman würde nie auf Harry hören. Wollte sogar die Gelder für seine Forschungsstationen stoppen. Hey, eine der Stationen ist in der Nähe. Mal sehen, wie es läuft, während Harry in Europa ist. Hmm, schauen wir mal, schauen wir mal. Das wird lustig. Die Geschichte will hören von Europa. Nette Kapsel. Los, los. Die Stationen sind Infos für dich. Danke, Mann. Solange sie da sind, lebt meine Mom irgendwie weiter. Oh, schön. Es gibt mehr als genug von den Forschungslaboren. Mehr als genug. Da bist du teppert. Upgrade ist fällig. Da lädt er natürlich wieder. Nein, ist eh klar. Wie schon mal das? Oh, in der Rucksäcke. Oh, ist dumm und dran. Na, geschworen. Na, zeig mal her, da. Was wir denn da verlangen? Ja, sicher. Tu mal da gleich mal starten, wenn ich schon da bin. Es gibt hier viele Stationen, die die Luftverschmutzung messen. Die Idee ist, dass sie, wie heißen die, Kontaminanten abzufangen, bevor sie toxisch werden. Unter uns, Oscorp, will das verhindern, weil dabei rauskommen kann, dass sie die Luft verschmutzen. Die Menge an polyzyklischen Kohlenwasserstoffen in der Luft ist viel zu hoch und steigt an. Wenn sie weiter steigt, könnten Menschen daran sterben. Die Luftverschmutzung messen sich an Problemherden. Das ist die Mini-Wolken von Smog. Muss aber auch eine gewisse Höhe haben. Pass. Also wieso schwingt er nicht? Ah, denke ich mir jetzt. Wieso schwingt er nicht, Alter, der Huren? Die Wolken sind fürs bloße Auge sichtbar. Also muss die toxische Belastung hoch sein. Geht's aus, geht's aus. Ja, weißt dich. Schau doch, das geht sich nicht aus. Super. Na, Alter, musst du mir schon teilen, Alter, wo der Scheiß-Trick ist, Alter. Kannst du nicht einfach aufhören. Ich bekomme gutes Zeug. Gutes Zeug, Alter. Schlechtem Zeug, natürlich. Ja, denke ich mir, Gott. Ganz, ganz böses Zeug. Was ist das Grüne? Das Grüne ist super. Oh, komm her. So, guck, guck, guck. Genau, Alter, wieso geht's nicht aus, du kleiner Bastard? Hey, Digi, alles klar. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Sehr gut sogar. Aber auch nur bis zum 11.12. 11.1. Und dann muss ich wieder hakeln. Also, also, bis dahin geht's mir gut dann auch nimmer. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Schmutz. Gescheiß, Alter. Geht's ja aus, geht's ja aus, geht's ja aus. Ja, geht's ja aus, geht's ja aus. Du nicht so, der Vorher ist das auch gefeiert. Den Schmutz. Die Giftstoffe stammen von zwei Automarken. Und einem defekten Schornstein. Ich mache lieber Fotos. Alles klar. Dann schauen wir gleich mal. Aber dadurch, dass der Schornstein ein bisschen näher ist, schau halt, dass ich gleich dort vorbeikomme. Also, einer ist gut gesagt. Einer ist gut gesagt. Ich glaube, da gibt's ein bisschen mehr. Bitte lächeln. Mein schönstes Schornstein-Foto. Aber es ist geil, dass man einfach sich trotzdem so bewegen kann. Das finde ich schon super. Und ich rumschwingen kann. Das haben sie schon gut gemacht. Ich höre eigentlich dann gleich auf. Perfekt. Das Umweltministerium übernimmt den Fall. Vielleicht mache ich mir ein Gino-Spider-Kostüm für den Tag der Erde. Harrys Station hat eine öffentliche Gesundheitskrise beendet. Oskob wird kaum Argumente gegen eine Mitzung finden. Spider-Man, Schocker ist entkommen. Uh, den hole ich immer noch. Was ist passiert? Ich dachte, er wäre ein Kittchen. War er. Aber einer der Wärter ging zu seiner Stelle, ließ ihn frei und gab ihm dann seinen Anzug. Also doch. Schocker arbeitet für jemanden. Was hatte der Wärter zu sagen? Wird ihn gern fragen, aber er ist tot. Wer auch immer hinter Schocker steht, wollte keine Zeugen. Verdammt. Die Sicherheitsvideos zufolge war der Wärter in einer Art Trance. Und vielleicht lag es am Licht, aber es sah aus, als würden seine Augen leuchten. Wie gruselig. Okay, mal sehen, was ich aus Schocker rausbekomme, wenn ich bei der Bank bin. Uh, das hat sich aber interessant angehört. Das hat sich interessant angehört. Seine Augen leuchten. Hm. Bin ich schon gespannt.